Hm, ich ändere mein Passwort nicht. Du siehst doch die IP auch, von wo das kommt. Hm, Magdeburg. Wohnst du da? Nö. Oh. Ja, dann ändere vielleicht mal danach dein Passwort. Hä, das ändert genau nichts, ob ich mein Passwort ändere oder nicht. Hä, doch. Nee. Warum nicht? Warum soll es was ändern? Das erhöht nur die Wahrscheinlichkeit, dass wir es mir wegfischen. Ja, aber wenn er sich jetzt einloggt, dann hat er ja dein Passwort. Es waren Versuche einzuloggen. Ach so, Versuche. Das wird auch angezeigt, Versuche. Ja, ist das ein Joke? Können eigentlich gar nicht gewinnen bei den Namen. Heilinderlachs. Heilinderlachs. Enzo, wo ist deine Flagge, Mann? Enzo, pick on the flag! I got the flag. I know, but it took you a while. Mir in die nicht? Noch. Wir sollten einen Guardian droppen in Zukunft. Drei Guardians ist ein bisschen... Möd. Bei dem Flagg ist es schön. Dann haben wir auch Schild Guardian mit. Ja, du kannst Schild Guardian mitnehmen. Nö. Erstes mal. Ach, haben wir einen schönen Escape? Wenn Bond Assassin ohne Guardian first, kannst du ja gleich rumdrehen. Der Escape ist f***ing. Double Maze Alley. They're running double Maze Alley. Tio, ich sehe, wir laufen nicht dual, das heißt, ich bin hinten. Ach so, doch, okay, gut. Enzo, du siehst. I think they're double running on their flagger. Yeah, they're double running on their flagger. P-block B, Alley, guys. They're backfiring 5. Yeah, they're backfiring. Schild Guardian. In three, two, one, yeah. Wait, what do I p-block again in this game? The monk? Das war ein Stück weit. Die guys saw me casting shield. Tier 3, 2, 1.. Und tot. T-blocked P-1. Gets as our turn. EZ. They run Guild. Oh sorry, I run 7. It's against Mesmerzinelli so.. Tier 3, 2, 1.. And so immer 100 Keys wenn du sagst du hörst du dann best. Das ist ja 100% 1HP 1 AP 1 AP Das waren noch Zeiten Alles unter 90% ist 1HP Ist so Kill him, he has a flag in his hands Oh, Lini got a clip Du schmeckst 2HP 2HP 1HP 2HP 1HP 2HP 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 3HP 3HP 2HP 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 3HP 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 2HP 3HP 2HP 3HP 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 2HP 3HP 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 Ich weiß nicht, danke. Ich mache mein Best. Ich habe 6. Ich habe 6. Ich habe 6. Ich habe 6. We can time him. Ja, hat er recht. Leider war da Wazemus. Nö, Wazemus. Nö, es war Peacebike. Ich habe nicht auf die Zeit geguckt. Ich habe nicht auf die Zeit geguckt. Wo ist der? Hier, Target. 3, 2, 1. Was blocken? Wenn Leute nicht attacken, werden wir sein. Schon wieder ein Kid. Wir haben den größten Vollidioten wieder am Start. Ich bin so klar. Chat in Nummer 6. Warum ist niemand auf Nummer 6? Ich will auf einmal den Einsatzes morgens töten. Screw you. Ich will hier den Messma töten. Ich habe disabled mit meinem Kyrex. Ja, ich habe dir bergwein gezogen. Ich glaube, ich spiele jetzt einfach nachher Rhythm. Nur, dass mir keiner meine Skills disabled kann. Ja. Wow. Game 3, 2, 1. Oh, in der Speedblock. Krass. Ich habe den Deepwind Trigger gesehen hinten. Game 3, 2, 1. Schocken. Mal schauen, was jetzt kommt. Oh, Club Spike. Club Spike, ja. Dafür brauche ich Mario. Das funktioniert nicht. Es wird jetzt funktioniert. Schatter den Darmisch. Da könnten sie Sixty nehmen. Ich wollte es gerade sagen. Jetzt sind wir so close. GG. Wenn man auf dem PTR in Overwatch jetzt GG easy schwankt, dann kommt da so ein Satz. Ja, ja. Ja. Ich bin bloßig. Jetzt passt mein Bad time. Ja. Ich hätte mir eh gesagt, die hätten das einfach von vornherein, wenn sie Probleme mit irgendwelchen Flamen haben, dann hätten sie es einfach wie ein Harz bei uns machen. Sonst sind es nur so bestimmte Sachen. Jetzt unsere Unterricht.